Das ist auch wieder toll. Er hat 17, er hat 13. Und das wird jetzt abgeliefert. Jikes. Jikes. Und da wieder. Also das passiert heute auch wieder ziemlich oft. Und da schon wieder, und die beiden auch gleich, oder? Guckt, die beiden schafft sie dann da vorbeizulaufen. Die beiden wiederum, habt ihr irgendwie Streit miteinander? Okay, jetzt bin ich mal wieder mutig. Verschiebe einfach. Das nach hinten ist eh schon ein bisschen gestückelt. Und da nur die beiden, oder? Okay. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, jetzt fangen sie wieder ein bisschen an, Flickenschusterei zu machen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja, jetzt fangen sie an, Flickenschusterei zu machen. Ja, jetzt fangen sie an, Flickenschusterei zu machen. Ja, jetzt fangen sie an. Ja, jetzt fangen sie an. Okay, schieben wir das noch weiter. Oh, jetzt wollen sie da oben entfernen. Okay. 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 Na ja, wenn sie sie nicht erreichen können dann... Füllen sie einfach auf und die bröckeln dann halt weg, wenn wir da allgemein abbauen. Das ist gerade sehr lustig mit anzusehen, muss ich schon sagen. Tja, da kommst du jetzt nicht mehr ran. Tja, da kommst du jetzt nicht mehr ran. Von unten kommt auch keiner ran, weil das sind keine... Ah, vielleicht theoretisch wird einer von unten dran kommen. Mann, die haben immer noch zwei Schichten vor sich. Jetzt gehen sie da hoch wieder. Um wieder runter zu plumpsen. Okay. 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 So, jetzt kommen sie an die Treppen nicht mehr ran. Komm mal du kurz bestial, machen wir ein bisschen clean up, das hilft. Nicht auf die Art, aber egal. Du kannst ja runter springen. Hopps. Mit dir tukst du dasselbe. Okay. 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 der kann es nicht abbauen, weil er wirklich drauf steht. Naja, egal. Das geht auch so irgendwie. wie. Wer von euch hat wieder ein übersehen. Ah. Achso, das wird schon verbaut. Macht auch gut. Okay. hier ist gar keine treppe mehr nur die hier die hier nachher und die die wir hier haben und die da hinten natürlich und man wir haben immer noch über zwei schichten und ja mir ist klar sie müssen verdammt weit laufen würde natürlich sinn machen einfach hier ein neues lager zu errichten statt dem alles hierher zu liefern aber sollen sie laufen es macht ja fortschritte ich meine wir haben ja schon einen guten teil hier gefüllt okay 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 das war nicht ganz so geplant das besser das ist eine katastrophe das ist auch einer der gründe warum es viel zu lange dauert das ist eine Katastrophe Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018